wir sind im finalen level der herausforderung so scheint es zumindest und auch heute ist natürlich check mit dabei schauen wir mal wie weit wir hier kommen ob wir hier durch kommen ob wir die herausforderung abschließen einfach wird es mit sicherheit nicht werden genau von meiner seite meiner seite und was ist das hier ich musste hoch ich bin ganz am anfang wieder nicht aufgeben nein sagt er nicht aufgeben ja war zwei lebenspunkte ja das ist nicht gut glaube ich naja du musst dann zumindest deine leben nicht mit mir teilen wenn du mich wieder findest ist das anstrengend das ist ja großartig drei lebenspunkte sehr gut musst du wieder teilen mit mir ja er muss ich wieder kriegen warum kriege ich dich hier nicht wieder ja genau das spiel meister sich ja eh gleich wieder verreckt und dafür muss und das leiden und das leiden muss ja und dann auf die plattform springen glaube ich komme ich darüber kommst du ja aber unten drunter dann springt springe ich von unten dran das ist doch ich muss versuchen drüber zu kommen alles andere macht keinen sinn da dann machst du mit schwung mit anlauf nicht mit anlaufen mit anlauf komme ich auch nicht höher ich sag gut anpassen da unten was will die denn mach ich platt von ein nicht getroffen jetzt hat geräusch gegeben okay dies down gut ich kann ja auch nach unten gucken ein bisschen ja ich wollte gerade sagen das wird nichts unter mir fliegt auch noch eine biene wollt ihr denn alle ja aber dann ist ja wahrscheinlich ohne die auch den platten rum oder dann ist da ohne der bestimmt auch eine plattform oder es nicht muss okay so hat geklappt genauso wie gewollt ohne zu viel schaden ja ohne schaden kann irgendeine dann ist unter mir eine plattform und du bist tot ist keine neue kugel euch das an ist das ärgerlich aber da war es für heute meine quatsch schöne drei minuten folge genau laufzeit wie lange wir durchgehalten haben also ich habe es schon weiter geht so 71 minuten laufzeit ja ja diese sie und die ganzen verstärkungen und so weiter ich bin aber trotzdem mit unserer leistung sehr zufrieden wieder an den tag gelegt haben sich das ohne permas na also wir haben ja ich meine klar man kann was dabei die haben wir dann bekommen gehabt für den lauf aber mehr auch nicht ja chips und so weiter und so fort haben wir keine bekommen das bedeutet wir können nur mit den permas in die nächste runde gehen ja also hier computer gyms können nur mit den permas wieder reingehen die wir jetzt aber dann let's go nicht bereit jetzt so machen wir jetzt sind wir trainiert das geil tempel aber ganz kurz meine kamera ist meine waffe ist wie noch mal so ich kann gar nicht so hoch springen wieder ein ultra hd zu sehen doch gott ist ja auch eine umgewöhnung jetzt wieder ja man kann ja nicht mehr so hoch springen nix zu mir im sky tempel ja klar natürlich im sky tempel wo auch sonst da kann man durchfahren okay dann nehmen wir mal mit wir schießen da du nee ich meine jetzt auf die plattform die ganze zeit gerade keine ahnung ich habe eigentlich alles gekillt was von mir war ja gut noch eine extra runde da kann ich gleich noch nicht warten da sind wir auch schon blöd das ist weil wenn du wenn du direkt aufeinander stehst ja der andere dann springt das ist es bringt mich so durcheinander da haben wir wieder chips bekommen fünf stück gleich nein du blöder fixer ich wollte es probieren doch mal ja so aber hier wollen wir nicht hingehen lassen der muss wieder ach nee dass das ja ich stämlich was ich gemacht habe schön um die andere seite fast geschaffen was da ist so ein gegner über der ja genau nein ich wollte ich wollte ich wollte hier zu hoch ich war in aller geduld hier hoch und lassen wir schon mal der gegner weg machen ins krise ich bin meinem boss man kommt so ich dachte noch ein bisschen zeit ist wirklich schon hat tatsächlich natürlich wo ich komme ich kann nur so eine energie brauchen aber wir haben keine null schrauben weil das er wieder und ist er dann noch mal dann haben wir so sagen schießen da guck mal wählen da ist das wort auch schon so lange geflogen so und fledermäuse eben wie spawn nein die sie also ich lasse mir zeit beim überfahren was ist das ich sag gerade dass der bildschirm oder was nee nee das nicht aber die wo diese kiste entstanden ist kam von links halt sah so aus es wird ein übes viel schüsse kommen so ich nehme auf jeden fall mutter ja ich auch energie ja nimm du mal und noch mal drei seelen chips so wen wollen ach so die beiden hatten wir auch schon mal und wie die als erstes nach ich finde die machen am meisten schade die haben wir ja und die vor allem haben sie eine geile geile dingens mit diesem schild und so was so die in die waffe ja das war ja wo kommen wir da oben dran ja ja schwein flieger muss kommen da nicht dann nein sie anstrengst dann kommt so dran ja man bisschen skil mein lieber bis ins kühl mehr nicht und nur ein bisschen ein bisschen da soll man nicht ach so ein tipp wieder hör den über das ist der mann aller gedingen rossel ist geplatzt was haben wir hier sei schnell das ist doch mal was was sie können klettern energie da stirbt oh gott 50 prozent der knackende kommen karte ist was heißt das sind ja dass man die hälfte der kräfte gerade das kräfte hier wieder sehen schützt aber natürlich dass ich direkt stechen von der weise und das die kräfte danke schön für die ganzen muttern nehmen man hier noch nicht über das schaffe ich nicht ein glück dass ich nicht probiert haben so was ja toll was ist hier unten shop oder so der ich dort runter nee aber ich kriege hier alles maximal drei wie mache ich das in einem klug dafür so fast im land bestellt gelübt da fällt mir jetzt nicht auf den kopf durch ein ort ich wollte mutter ja okay das was wir werden das wieder so rein und er geht nicht weg was oder macht doch keinen scheiß das würde nur zeigen dass er sie geht es ist auch kein mensch du aber wir haben nur einen helden so sie müssen immer noch so energie in die weinen und ich ein wir brauchen wir nicht shop in 62 shop sind das machen wir den morgen mal da hälfte mehr schaden immer beide oder standard attacken kräfte warum kräfte kräfte sind ja ne macht kein sinn das ist das was ihr nicht einsetzt bist du ein so voll umso besser ja zumal wäre ich nicht mehr nach dem boss so ein wieder ich werde mal hoffen dass wieder einer auf dem boden auftaucht weil ich bin da mit den schüssen einfach besser dran warum triffst du nichts ach so kannst du vielleicht nur den anderen angreifen wie ich habe ihn doch getroffen worden weil wir sind doch nicht so aus wenn du eben was triffst aber wenn ich auf die energie kucke geht die runter weil beim gegner so bild also jetzt bleibt doch nicht da oben ihr schwein oder kommt hier homing oh gott sag nicht ich hätte ich nicht gewarnt den kann ich gut abknallen ja wir sind gleich noch den drauf dann verreckt hier ist sehr gut jetzt auch los sein das ist wahrscheinlich sowieso allgemein bisschen cleverer wenn wir immer erst mal den ein v machen juli sie und auch wieder eine truhe geknackt und eben seine max live ab geil tschüss 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 das ist wie das guide tempel ne ja dann haben wir es weg nämlich späteren level wird er noch schwerer machen wir da gar kein problem so schwein schwein abknallen hier habe ich schon wieder mehr sprungkraft kann es sein überhaupt nicht und dabei gerade sind ja so ein post wie ich erleben sondern wie wohl die ruhig oder was kostet bei drei würde ich sagen dass man ziemlich günstiger gibt es immer nur vom boss günstig und ich kann die team abschießen oder was ich fliege muss der ist dauerung ich nutze ich nutze einfach mal meine post kam da ist er wieder stirb nach links müsste bestimmt wieder was gutes sein nicht umsonst kann man da irgendwie noch mit rüber lasse ich das machen wir müssen ja nicht wie wir beide machen wir müssen ja nicht beide scheiße machen naja was ist das für eine waffe bei mir drei schuss und du hast ein späer oder sowas ja nicht bald meistens schwer schon mal ausprobiert naja ich noch nicht ausprobiert aber soll ich dir mal ausprobieren er kommt doch ruhig also da müsstest du eigentlich easy rüber kommen was passiert oh gott war es schlecht der ist der ist nice ja und du wolltest nicht rüber er hat zwar auch nach oben keine range aber die brauche ich jetzt nicht mehr mit dem flammenschild den ich habe er hat der ort werden ja richtig nice range also hier geht es nur hoch hier über so so kreppenbampern nur am ende das level ist also ich komme dann auch so in zehn stunden ja machen wir machen wir haben ja noch ein bisschen zeit ja da bist du bist ja gar nicht weit gekommen guck dir das an mein spärer alle gucke ich mir gleich an wenn es irgendwie möglich ist stirbt lehrers und das sieht er kann es auch in alle richtungen oder nach oben leider nicht leider habe ich okay dann machen wir das ganz normal weder mal ich habe ja ich war erst mal und das wieder ja fahrt noch langsamer hoch hier aber das war mutig kann man mir zeigen dass wir so ein schön gut ich bin so schlecht in diesem spiel ist glaubt sie gar nicht natürlich bin ich böse ich meine ist ja alles gut ich mache ja schon im vorfeld hier alles ja du machst du mal weg zu machen ist und bin beim boss du bist schon mein boss hier höre ich auch schon länger du kannst ja jetzt auch so durch ne war der co die kosten nur zwei das solltest du auf jeden fall nutzen genau und jetzt können wir reingeben schon lebensenergie auch erst mal live aber die stärke brauchen wir nicht oder was brauchen wir jetzt wieder maximale energie brauchen wir eigentlich auch nicht ne das kannst du einfach leiden ich dachte wer mehr drin egal ab zum boss eben zeigen wir es zu bohrechtern ist der kuh schwein das können wir abschieben sah so aus da können wir nicht auch kannst du kannst du kannst du kannst scheiße raschen hack alter das ist ja nur noch am ausweichen so ein bisschen energie ist nach bisschen lauftempo was war das ach so ich denke gerade hätte ja das ist das was mich auch so erschrocken da sind zwei energie drin aber nehmt du ruhig so ich nehme muttern mit und weitere seelen chips er hatte wer war ich glaube ich oder der sinne haben anfang war das die folge gerade wo jetzt am anfang verreckt sind beim bei der einfach level ja ja ich glaube schon genau so leute dann sind wir doch jetzt schon wieder drei level weit gekommen hier im haupt game läuft soweit ganz gut haben auch schon kräftig eingesammelt mit hier an extra items schauen wir wie weit wir diesmal kommen auf jeden fall bedanken wir uns dass ihr wieder dabei wart schaut super gern bei check rein und beim nächsten mal natürlich auch bei der nächsten folge Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.